Jetzt bin ich mit Grandmaster Arkady Neidisch aus der OSG Baden-Baden. Du hast heute den wichtigsten Füllpunkt gegen Fünnheim gemacht. Kannst du dir ein bisschen über deine Gefühle und dein Spiel erzählen? Natürlich fühlt sich gut zu gewinnen, aber auf der anderen Seite jeden Punkt ist sehr wichtig. Ich bin so glücklich, dass Vallejo gewonnen hat, weil sie auf einen Moment wiederholen Bewegungen. Sein Gegner hat für einen gewinn, und Paco hat den Füllpunkt gemacht. Es war sehr wichtig, weil wir Probleme mit Mickey Adams auf dem Board hatten. Natürlich fühlte ich mich, dass wenn ich das Spiel gewinnen, wir gewinnen. Das hat mir ein bisschen extra Motivation gegeben, und natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich das Spiel gewinnen kann. Jeder ist ausgelistet, besonders der Team-Kaptain Sven-Oppes, der folgt die Spiele. Ich muss sagen, dass du ein von den stärksten Spielballern bist. Und du hast sehr starken Spiel. Und das war das letzte Spiel, das wichtigste Spiel. Wie stehst du deine Nerven unter Kontrollen? Und wie spielst du diesen Chess? Ich glaube, ich versuche einfach zu fokussieren, zu spüren, zu spüren, zu spüren. Ich bin nicht sehr nervös beim Spiel. Ich versuche einfach zu fokussieren, um das beste Spüren zu machen, und nicht zu viel über das Ergebnis zu denken. Wenn ich gute Spüren mache, dann wird das Ergebnis auch gut sein. Ich versuche gut zu spüren. Und warum habe ich lange Spiele? Weil ich denke, ich denke, zu kommen auf dem Board, zu machen, zu machen, zu machen, zu gehen nach Hause. Ja, ich weiß, viele Spieler machen das. Aber ich freue mich wirklich zu spüren. Ich freue mich, zu spüren, zu spüren, zu spüren. Ich freue mich sehr, zu spüren. Ich freue mich sehr, dass wir heute heute nicht spüren müssen, weil Radek spüren muss. Und im Endeffekt habe ich gespielt. Und Sven sagte, ich bin bereit, zu spüren. Ich freue mich sehr, zu spüren, zu spüren. Ich freue mich sehr, zu spüren. Es ist toll, wenn du spüren für den ersten Platz, wenn du wissen, du musst für etwas kämpfen. Ich freue mich sehr, zu spüren. 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 Wir hatten Corona-Virus in der Lockdown, und jeder hat ein kleiner oder größer zu spüren. Wie war es für dich zu spüren, zu spüren, zu spüren? Eigentlich, während Corona-Times, als ich über 6 Monate spüren habe, habe ich gedacht, dass es vielleicht das erste Mal, seit über 25 Jahren, während ich halb ein Jahr ohne spüren. in meinem Leben. So, es war eine sehr spezielle Zeit, die Leben von einem professionell und es ist sehr strange. Es ist sehr strange, es ist sehr strange, nicht zu spüren. Es ist sehr strange, nicht zu spüren. Ich meine, nicht zu spüren. Es ist schlecht, dass du nicht außerhalb nicht zu leben. Aber es war interessant, eine halbe Jahre zu spüren. Especially für mich, zu spüren, ich hatte ein desastrisches Jahr 2019. Ich habe alles zu spüren. So, jetzt sind die Dinge besser. Ich habe bereits nicht so schlecht im Anfang des Jahr 2020, vor dem Lockdown. Und ich habe, glaube ich, ziemlich gut hier. So, Dinge sind verbessert, zu spüren, weil ich jeden Tag nach dem Spiel sehe, ich sehe, das ist nicht wie es sollte. Und es ist ziemlich schwierig, für einen professionell Spieler, wenn man wirklich das ganze Jahr in einer Rolle spielt. Ich habe vielleicht aus den letzten 100 en Spiels, 90, das ist einfach sehr schlecht. So, der Lockdown war eigentlich nicht schlecht für mich, weil ich in der Zeit, vielleicht könnte ich für Baden-Baden in der 3. Team, aber nicht in der 1. So, in der halve Jahr, das war eine Ungewöhnliche Situation, aber für mich, persönlich, es war etwas Neues, zu haben, für eine halve Jahr, zu machen die normalen Dinge, die vielleicht ich nicht viel in meinem Kozio-Left war. Und, ich hoffe, dass, in 2021, die Chess-Tournamen stattfindet, und wir weiterentwickeln, die normalen Weise. Ja, wir hoffen, dass die Kränke-Chess-Klassik und Open stattfinden in 2021 werden. Während dieser Chess-Brecke, wie hat diese reale Chess-FREE-Time gemacht? Ich habe ein bisschen online gespielt, aber nicht so viel. Ich habe wirklich den Rest, weil, nach 2019, ich hatte wirklich genug von Chess. ehrlich gesagt, ich verletzte alles. Ich habe über 100 ILO-Points vor dem Jahr. Das war die erste Mal, seit ich bin 17, dass ich eine Rätung von 2, 6, 20, oder so. Für mich, ich habe nicht gespielt. Und, ich habe einen Tournament vorhin, in Beel. Es war sehr überraschend, weil sie mich nur ein Tag bevor es beginnt. Und sie sagten, wir haben einen Mann, der nicht weil er nicht Und ich sagte, ich habe nur Schess-Brecke für 6 Monate. Nicht überhaupt. Und er sagte, okay, komm, wir spielen. Bei Beel habe ich recht rechtlich für nicht Schess-Brecke für 6 Monate. Und, endlich, ich fühle wieder das Gefühl, ich will spielen. Ich will spielen. Weil, wenn man verliert, 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 macht es nicht mehr Spaß, zu spielen. Sehr, sehr cool. wenn ich zurückkehren, über 5 Jahre, Krenge Chess Classic 2015, nicht nur hast du viel Spaß gemacht, viele Spectatoren haben viel Spaß gemacht. Du hast den Weltkampion Magnus Carlsen gewonnen, und du hast ein 1-on-1-match gegen Magnus Carlsen in der Finale Showdown. Kannst du ein paar Gefühle, was ist da passiert? Ich glaube, ich habe sehr gut gespielt, das Tournament. Es war ein kurzer Tournament, ich glaube, 7 Rounds, oder 10. Ich glaube, es war 7 Rounds. Natürlich, in einem kurzer Tournament, manchmal, wenn man einen Weltkampion kann man so viele Punkte machen. Und, ich glaube, zwei Jahre ago, ich hatte ein sehr gut result, mit Grenge. Ich glaube, es war ein sehr gut Tournament, aus meiner Sicht. Und, nachdem wir die ersten zwei Spiele gespielt, ich glaube, das erste Spiel habe ich gewonnen, mit Black, das war Rapid. Der zweite Spiel habe ich gewonnen, mit White, das war Rapid. Und dann haben wir zwei Blitz-Games, das Spiel war Draw. Und dann haben wir Armageddon, das habe ich gewonnen, ich glaube, war Black. und das habe ich gewonnen. Aber natürlich, das war ein tolles Achievement für mich. Especially bei Rapid und Blitz, ich bin ziemlich schlecht bei Rapid und Blitz. Und es war ein tolles Gefühl, zu gewinnen ein Spiel gegen den Weltkampion. Ja, das war sicher. Es war einer der die wichtigsten Finale der letzten en Jahrzehnte. Und, was sind deine Zukunftsplanungen? Was ist dein nächster Tournament? Der nächste Tournament? Ich weiß noch nicht, denn ich hoffe, dass die Tournament endlich wieder wieder starten. Ich werde ein paar League-Games spielen, aber über die Tournament habe ich keine Ahnung, denn die meisten der Tournament sind noch verraten. Die meisten Organisieren sind noch über die besonderen Konditionen. Ich habe keine Ahnung, was der nächste Direkt-Tournament ist. Ich werde definitiv einige Leaks spielen, aber keine Ahnung, keine Ahnung. Ich wünsche dir alles die Beste für die nächsten Tournament. Ich wünsche dir die Wichtigkeit der OSG Baden-Waden mit deinem Team. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus